Provokant gesagt, gar nichts. Lernen ist ein aktiver Prozess. Um diese Aktivität und den Lernerfolg auch online sicherzustellen, haben wir bei der Entwicklung der Trainings darauf geachtet, die Trainings interaktiv zu gestalten. Das Besondere ist zum Beispiel, dass viele Bilder oder Visualisierungen verwendet werden, einfach um die Aufmerksamkeitsspanne bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hochzuhalten. Sie erarbeiten mit Online-Werkzeugen Fachinhalte und tauschen sich über die Ergebnisse mit anderen Teilnehmern im virtuellen Raum aus. Das Besondere am didaktischen Konzept unseres E-Trainings ist das große Spektrum der eingesetzten Methoden und die Bandbreite der unterschiedlichen Medien. Gerade die Kombination aus analogen Lehrformaten und digitalen Tools zeichnen unsere Trainings aus.